Herzlich Willkommen hier zurück bei Tromland Terrier Star und heute mit folgenden Leuten Per, Tufan, Rai, Erik, mir und Oettinger David Beste kommst du? Beste kommst du? Gleichwerbung Servus auch von mir? Welche Map ist das überhaupt? Das ist jetzt TTT Ich bin Detektiv und ich bin bei Erik und bei Rai-Chin und hier ist Gamer-X und mehr Linien sind ja alles und hier Ihr könnt euch mal in die Smoke laufen Leute, geht ab! Ich renne einfach mal weiter und hier kann man dann durch und ich renne einfach zurück weiter Was ist das hier eigentlich, diese Wand? Ich glaub da könnt ihr Detektiv oder so durch Hier sieht's voll cool aus, wenn man hier rauskommt Ne, da kann der Detektiv auch nicht durch, ich hab's schon probiert Auch nicht? Nein Okay, oder dann weiß ich's auch nicht Wie stark hast du? Naja, es sind so ein paar, es sind eigentlich alle Aber ich bin mal bei der Masse Also ich verdächtige Peer Mich? Jo Warum? Dann komm her, baller mich ab Keine Ahnung, einfach so Alter, what the fuck, wer hat hier ne Smoking geworfen, Alter? Ich seh voll nicht, wo der Aufzug ist Wie? Ich denk's mir eh, dass es da Erekt ist Ich gucke, dass das PNB ist Oh! Kannst du knicken? Ich wollt nur mitfahren, Alter! Ja Ja, bist du es? Nein Na, bist du sicher? Ja Bist du wirklich sicher? Ich seh mich Ja? Ja Okay, anläufig, stell Bist du noch? Ja, ich lebe noch, ich bin noch unter den lebenden Lieben Ich muss... Ich seh's Peer oder nicht? Leute, ich bin mal... Ich bin mal... Ich bin mal drinnen gelockt Ich bin mal drinnen gelockt Ja, aber ich lebe doch noch Ja... Ich wurde gerade gerade abgeknallt in den Lok Ja... Oben, oben, und am Aufzug wurde der gerade abgeknallt Gamerxen Ey, hört auf mich zu verfolgen, Alter! Ich kenn halt die Stimmen net Alter, ich komm hier nicht raus, verpisst euch Das Zeug, das Zeug Ich kenn die Stimmen halt net Wir überwarten das jetzt Ja, Peer Ja, ich weiß, ich kenn die Stimmen net Was denn? Ich will nur hoch Ja, warum? Ich muss ja wohl weggehen Lappen Aber nicht in meine Richtung Ja, ich will doch hoch den Abzug Ah, ja Okay, tschüss Ich will mal meine, wenn ich tot bin, das meine Und da oben, wo deine abgeschmeckt, gell, David? Pass auf, da wird alle abgeknallt Egal, wer hier oben ist, der ist Traitor Ja, hab ich doch gesagt Ich sagte doch schon die ganze Zeit, dass du da zuhörst Was? Wo ist denn der Dings, ähm... Hör mir doch einfach mal zu Ich hab doch gesagt, der wird alle abgeknallt Alter, hör doch mal auf Ja, ich will rein Ich will rein Ja, okay, ich hab doch gedrückt Alter, den hol ich mal weg Muss irgendwie sein Ähm... Es gibt aber zwei Trailer, das euch da, ne? Ja, aber eine ist schon tot Dein Reichen ist es Der wird der will ja abrufiert Der wird ja auch Der wird ja auch Aber das ist die ganze Zeit Das ist die ganze Zeit Aber Oh, Mann, oh, Mann Oh, Mann Ich mein, Eric hatte, hatte recht, hatte recht, hatte recht, aber Die heißt, irgendwas mit Pairo, ich hab' vergessen, die heißt Wenn ich dann mit Einschieße, dann dreht sich immer gegen mich Pairo Aber jetzt mal ohne Witz Ich hab' nichts gemacht Gar nichts, null Ich hab' nicht einmal geschossen Das ist die Intuition Ja, ja, okay, war richtig Aber trotzdem, deswegen bin ich auch stehen geblieben Weil ich dachte, der schießt nicht Weil warum auch Weil das war schon random, muss man mal ganz ehrlich sagen Ja, ich sag' die ganze Zeit, der muss Alarm krallt, Pairo, hört zu, die machen immer noch irgendwie Müssen wir mal zuhören Und du Oh, hier ist ein Toter Was hat'n das jetzt mit diesem blauen Ding da auf sich Keine Ahnung Was von blaues Ding? Ja Wo man nicht durchlaufen kann Achso, genau Also ich hätte jetzt echt gedacht, dass der Detektiv, der ich übrigens grad bin, damit laufen kann Aber, das war'n So Vielleicht nur Traitor? Ey, warte, krass Was? Vielleicht kann da nur Traitor durch? Ne, ich war grad Traitor, ich konnte auch nicht durch Merlin, lachen wir durch Ja, kannst du zeigen Ja, also ich glaub, da kommt gar keiner durch Also ich hätte jetzt auf Detektiv getippt, aber Ja, guck, okay Max Oh! Ich bin Detektiv Du kenn' Max, kenn' Max Okay, komm Alter, du warst schon tot, man Ja, ich hab'n geschossen, Alter Ja, aber Anfang oder zweite Wort wird zum Schluss Ja, gut Ja, gut Ja, gut Gäme Max Gäme Max Gäme Max Gäme Max Gäme Max Das hätt' ich jetzt auch gemacht, ja Gäme Max Alter, wie kommt denn dann noch? Fuck Ja, der war Traitor Ich glaub' ich hab' ihn noch gekillt Aber ich hab' den Traitor gekillt Ich glaub' ich hab' ihn noch gekillt, ey, das gibt erstmal schön Punkte Okay, mal da und guck, wo der letzte ist Achso, ja, okay Warte, 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 da unten irgendwo, da hinten Da hinten Okay, ich folg' dir Warte, erst nachladen Hier unten Geht's hier runter? Ne, aber hier Ja, gut Hier ging's runter Oder doch nicht Keine Ahnung, was man hier macht Also da, da wo ich hinguck' Ja, dann müssen wir den Aufzug wieder runter Sicher? Warte mal, geht's da nicht runter? Irgendwie? Oh fuck, ich hab' was hingeschossen Ja, okay, hier geht's echt nicht runter Warte, fuck, Melding Der ist schön, ne? Ist das irgendwie so Traitor Room oder sowas? Ich glaub' er kommt jetzt gleich hier den Aufzug hoch oder runter Ja, okay, warte mal Kommst du zum Aufzug? Äh, der, ne, ah, doch Bin hier, hier Ja, aber wo ist der Mann? Ah, da, ich hab' mich hab'n, bei mir, bei mir Da ist Panzerglas, Alter Ach, ist das, hey, ist das Traitor Room oder sowas? Oh nein, nachladen! Erik, das war schlecht Ja, das war verdammt schlecht Hey, ist das Traitor Room oder ist das... Ich hab' keine Ahnung Du musst einfach nur hier draufdrücken, guck' Ach, klar, okay Hab' ich nicht gesehen, aber Hab' ich nicht gesehen, aber Ach, sag' ich drück' mal da drauf? Du könntest bekommen Ehe, eh, okay, gut Ich glaube, ich hab' irgendwie nur gekillt, gleich, deswegen hab' ich jetzt nur einen Punkt Ehe, der hat richtig gekillt, ich hab' auch viel Körner bekommen Oder obwohl, ich weiß gar nicht, ob man das auch so bekommt, ich hab' sechs Punkte zumindest, ich weiß nicht, wie man kriegt für einen Körner Leute, ich hab' sie vier bekommen Leute, was hat sie vier hingelegt, ohne es zu... anzumachen, oder was? Ne, das hat er vielleicht dabei gehabt Soll ich das benutzen, wenn ich da nicht aus dem Raum raus kann, weil er in der Nähe steht? Jaa, Selbstmord Jaa, Selbstmord Jaa, jalla jalla Wenn du, wenn du nix anderes willst, dann Selbstmord vergehen So ist das Leben, oder? Jaa Ist die Stühle irgendwie voll groß hier, oder kommt mir das grad nur so vor? Was ist wo? Kommen dir voll groß vor Oettinger ist hier Was ist schon eine behinderte Tür? Ehe, ich bin schon wieder Detektiv Ehe, Knopf Alter, wir fährt denn die ganze Zeit da wieder rum? What the fuck'n wir Leute Merlin Nein, nein, ich bin jetzt mal nicht bei dir Wo? Nein, Merlin Ich bin beim Detektiv Also Merlin ist bei mir, ich glaub' jetzt immer Merlin, ne? Man kann jetzt hier was zumachen Ich brauch meine Waffe Da hinten ist ne Pistole Deine ist besser Man kann das hier so auf und zu machen, ich werd ja was bringen Ich hab gar nichts Ja komm mal her, komm mal her, hier ist ne Pistole Mehr hab ich jetzt nicht Ich hab nen Discombulator Hier ist ne Pistole, wenn du willst Wo? Warte hier Ja, schick doch dann Ja gut, hast ja auch schon eine Erik, ich bei mir, Alter Also ich bin bei Merlin, das sag ich jetzt grad noch mal Oh fuck Was hast du denn zugemacht da, Alter? Gibt's wenn die Leute sind Alter, ich kann nicht mal raus hier Ja, okay, das hat eh keiner mitgekriegt, Alter Da hinten war noch einer Jaa Supern Rifle Das hab ich auch leider Hab ich auch leider Hab Spaß Okay, oh fuck Leute Warte, bin ich im Aufzug, wo bin ich? Also ich hab dich, Alter, ich hab dich mit dem Vorbau Oh Warte, Achtung, das ist nicht der Aufzug, das ist nicht der Aufzug, Alter Ich glaub nicht, das ist der Aufzug, Alter Ich glaub nicht, das ist der Aufzug rein, Alter Da verreckst du Da verreckst du nämlich dann, da wirst du vom Aufzug zerquetscht Ja Ja Okay Ja, was ist der hier grad weg, der hat ne Pumpe, ey Ey Ich geh ihn auf, kommst mit Ah Selbst schuld Ich hab nicht mehr Ich hab nicht mehr Ich hab nicht mehr Selbst schuld Alter Ja, schnell weg, schnell weg Der kommt ab Alter, ich glaub der ist es Oh, Erik Alter, was geht hier ab? Nett wieder hoch Lass mich rein Alter, nein WTF Da geh ich auch raus Ich hab mir viel zu viel Ich bleib jetzt hier Hi Hi Hey Okay, da oben geht, Arti Jeder wird dann noch gekillt Erlebt der, wenn er noch Oettingen hier weg gesagt hat? Ja, hat Oettinger geht weg gesagt? Ja, okay dann Dann bist du das Ding Wer hat es gesagt? Der eine hat es gesagt 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 Ey, wie viel Leben hast du eigentlich noch? Du hast sowas schon gar kein Leben Hochgehend ist immer tot Wer ist es denn jetzt? Oettinger, Oettinger ist es Im Arsch bin ich das Guck hier liegt Jemand hat deinen Namen gesagt Und danach hat er nichts mal gesagt Ja und? Nur weil ich oben war bedeutet es ja nicht, dass ich dass ich Traitor bin Lol Was geworden ist gerade Ich bin Ich habe fast der Catch war vom Aufzug Alter, ich habe auch hier viel Zeit aufzudrücken Ja, scheinbar Was? Das kann überraschen Merlin du Penner Nö, ich weiß es nicht Nö, gar nicht Wer fährt Ich bin wieder Wesen Mann, ich bin immer noch Aber Ja ohne Witz man instant, ey Der Der nicht aufzug Der hat es Der hat es alles in der Zürger ist Der hat es alles in der Zürger ist Der hat es alles in der Zürger ist Ich war die ganze Zeit im Aufzug Der wenn der ganze Zeit dir auf wieder zumach Wenn der anmacht und dann wieder zu Dann kann ich mir das ja immer in den Kätern Der ist doch gut gelaufen Oder Meli? Ja, hat geklappt diesmal Ja, hat geklappt diesmal Alles schön nacheinander Und ich habe dir eine Waffe gegeben Ja, tut mir auch leid Immerhin habe ich dich nicht lohnt Vielleicht habe ich ihn in der Tür eingesperrt und dann Das war gut, das war echt gut Hi Eric Oh, hier ist wieder der Scheiß aufzug Ich kriege jetzt die ganze Zeit drauf Jetzt werde ich schon wieder hoch, aber die Töne offen waren Oh, bei mir ist Reichen Keine Waffe, Alter Wenn ich du bin, ist Reichen oder wie heiß Ich bin keine Waffe Wollen die gelb Und Eric ist auch hier Und Pär auch Ich glaube Pär ist es Ich glaube Pär ist es Keine Ahnung, aber Pär ist es Nein Auf jeden Fall Erich will mich nochmal abballern Und ich habe Pär ist der nächste Keine Ahnung Warum soll ich denn sein? Ich bin mir auf dem Asi Pär Ja, hopp, balle mich ab Balle mich ab Ich warte GameMakes Hm, wer ist K.O.S. G.O.S. 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 Ich bin nicht zu sein Ich bin nicht zu sein G.O.S. 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 Ich war nicht mein Traitor Ich aber Ach du, okay Ja gut Ich guck gar nicht auf dich Bisschen hässlich gelaufen Aber egal Aber dich hat doch auch ein Traitor weggehauen oder? Oder nicht? Egal